Hi, ich bin Hanna Schwier und 14 Jahre alt. Und das bin ich. In meiner Freizeit fotografiere ich gerne, koche, male, zeichne, mache viel Sport, verbringe Zeit mit meiner Familie, spiele Klavier, habe einfach Spaß. Wenn ich nun an meine anderthalb Jahre Konformationszeit zurückdenke, denke ich vor allem an die Thema, den Spaß, die Spiele, die vielen Einheiten, die Andachten und Gottesdienste. Und diese Zeit hat mich sehr viel gelehrt, vor allem über mich, über Gott, über zwischenmenschliche Beziehungen, andere Menschen, was Glaube bedeutet und für andere Menschen bedeutet und für mich bedeutet und zwar insgesamt eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich bin ja ein sehr geselliger Mensch und deswegen kommt es auf, dass ich mir genau diesen Konformationsspruch auszutöre. Mein Konformationsspruch lautet, Gott sagt. Ich bin mit dir. Bitte? Ich behüte dich. Wohin du auch gehst. Und jetzt nochmal langsam. Gott sagt, ich bin mit dir. Behüte dich. Wohin du auch gehst. Ich habe mir diesen Spruch ausgesucht, damit ich immer daran erinnert werde, dass ich nie alleine bin und dass ich immer unterstützt werde und in allem, was ich tue. Und diese Erinnerung hilft mir sehr, auch vielleicht gerade in diesen besonders schweren Zeiten. Und jetzt, wo sie mich besser kennengelernt haben, freue ich mich darauf, ein festes Mitglied dieser Gemeinde zu werden. Und jetzt, wo sie mich besser kennengelernt haben, ist, dass ich immer alleine bin und ich immer jemanden habe, der mich unterstützt. Das ist so klar. Ich muss so lachen.